Ja, hab eigentlich gehofft auf Controller Support, aber das schaut schon ganz schlecht aus. So, nein, nein, wie spielt man das Tattoo und Maus? Okay, Optionen mal. Ja, Ultra natürlich. Wahre Clownfield Experience. Das klicken wir doch auch an. Und dann gehen wir mal in den Offline-Mode only, in den ersten Modus rechts. Ja, ja, Console. Das mal. AI-Difficulty. Hard, hard gleich. Weather, warum nicht? Oh, der Ladebildschirm. Wunderschön. It does look pretty cool. Was kann ich mit dem Controller? Ich kann auch rumrennen. Aber ich kann nichts. Kann ich diesen. Wow. Oh, ho, ho. Um. Wow. Kann ich Sensitivität ändern? Nein. Das ist eine Starttaste. Wo, ho, ho. Was habe ich getan? Woah. Oh, okay. Okay. Neuer Start. Neuer Start. Wie komme ich raus? Oh, vier. Oh. Oh. so ganz raus pause pause zweiter versuch zweiter versuch mit clowns field clown boots lebt noch ganz wichtig grafik wunderschön mit dem echten battlefield optionen lassen wir mal so vielleicht ist das der bessere weg der hit nimmer der hitling gut die ladebildschirme also bei den ladebildschirmen da können sie schon mithalten ok ok das fühlt sich schon besser an ja sind da sind überhaupt spieler drin weiss mal ob es der hit genannt worden ist irgendjemand da irgendjemand den ich anschießen kann vielleicht muss ich doch multiplayer probieren wenn ich irgendwann einmal rausfinde wie ich das spiel verlasse welche tastenkompensation welche tastenkompensation bist du mit windows wieder raus nächster versuch versuch nummer 3 solange die rupe geht also wir haben offline einen probiert wir werden einfach mal den multiplayer hupfen der ladebildschirme so schön war kein petel filter ich noch was lernen best yes why not oh kann loadout freunde kann ich einladen nein was haben wir da als loadout weapons primary shotguns m3 ja die nimmer keine ahnung ob das selbst gespeichert worden ist aber ich schätze wir wollen einfach mal spielen browsing 5 aus da da haut mal rein kia scherz team selektion rullrush rullrush huch wow woow why wiev ah very short ah very short very short toisate um 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 Wo komme ich hier raus? Das ist eine Procure Map. Ich finde den Ausweg. Kann ich den wechseln? Okay, probieren wir einen anderen Server. Browse Games. Ja, ja, da, World War 2 Map, geht schon, geht schon, USA, Shotgun, diesmal, diesmal gehts, spawn, spawn, ah, uff, uff, war noch nicht bereit. Vielleicht hätte ich doch ein Sturmgewehr nehmen sollen. Schaut doch einen 1 gegen 1 aus. Über die Schritts. Help, fucking Otter. Kann ich Waffen wechseln? Keine Ahnung. Wo ist der Otter? Oh. 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 Wo ist er? Ich schaffe es. Oh. Keine Muni. Was mache ich? wie wechsle ich Waffen was nicht Maus will ok Granaten mit G nein drühe Tasten ok schaut nicht so aus als würde ich wissen was ich tue was war das für eine Taste anderer Server anderer Server gegen Hackers habe ich ja keine Chance Suburbs da da was was ok ok sorry team deathmatch russia schon vorbei oder was ja russia keine shotgun ok defeat arm ab es wird gewartet ich habe nicht so viel Ahnung was los ist oder wie lange das Voting dauert Otter joint raus raus ganz schnell raus oh das sind böse Tiere ah was haben wir das Spiel ja weg komme ich rein ach pass wotts warum nicht ich höre Schüsse ist schon ein gutes Zeichen oder dein Speck defeat ist ok was 16 Sekunden Zeit zum Voten big city life bitte aber er hat viel Detail in den Garten gelegt das muss man respektieren sogar eine Antenne aufs Haus eine Kirche sehr schön sehr schön spawn spawn protect is active das heißt wir warten vielleicht finde ich raus wie man Waffen wechselt in der Zwischenzeit oh es geht gleich los ok ich habe was schreiben müssen bevor ich spielen darf wir rennen einfach mal zur Flagge die Brücke ist stabil kann man so lassen mal gleich headclitch oh ne Boxen sind nicht stabil einen Gegner möchte ich ausdauerter Junge auch keiner kann ich Flugzeug fliegen ich habe einen besiegt hätte ich wieder da gespawnt nein ok ja das ist gutes Ziel auch meiner ok da drin rauchts links und Schüsse Ganaten gehen hoch nichts nichts wie sich irgendwas treffen Gott einfach kein Schiss da oh das geht nicht oh 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 multi kill die nächste nächste die nächste die nächste Waffe da oh oh das das spiel ich trotzdem noch zu Ende ich flankiere einfach mal hoffe dass mein Ziel besser wird liegt sicher an der Waffe die Taktiken die Taktiken müssen sie noch erst lernen links hinten links hinten ja sehr viele Teile ich habe ihn nicht mal gesehen nicht mal gespürt dass ich angeschossen worden wurde 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 bin 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 wurde hm hm wow die sind schon gute Jungs da die haben plötzlich direkt im spawn killen die sind schon gute Jungs da die haben plötzlich direkt im spawn killen ah nicht noch mal oh ist das eine granate tschi nein ja ah vielleicht schaffe ich diesmal nicht zu filmen haha nein nein ist auch nicht zum spawn killen mein Ziel ah ups kurz gedacht ich kriege auch einen gegen das bohren vor die fresse weiß doch mal wer gern gehts doch ab hat noch na oh ja es macht schon bock irgendwie sobald ich rausgefunden habe wie ich die setzte die die runterschnallen oder nicht zu spüren blöds wurde wirklich ich mich doch mal einmal in ruhe spawnen ura granate au au wie frag au 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 da das ist mit au der letzte spiel modus sehr leise der hoverkraft modus Ich glaube nicht, dass ich irgendwas da machen werde, außer nur im Kreis fahren. Aber ja, es existiert. In der Zukunft kann hohe Erwartungen haben. Kacktehen, Bäume, Wüste, Hovercrafts. Und Zügel, die sich in das weite süßten Meer hinausschießen. Und dann ins echte Meer. Schön, ruhig, entspannend. Keine Motorgeräusche, keine Landschaftsgeräusche, keine Schüsse. Nur das ewige blaue. Und 360 Nose Cops. Kann ich schießen? Nein. Nein, das ist Frieden, den ich hier gefunden habe. Ja, danke fürs Zuschauen. Tschüss.